Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Aberin von BePrimal und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Omenzeit. So, ich hatte sie gerade im Offscreen hier gerade noch mal ein bisschen meditiert und mir noch ein bisschen Ember-Sachen gemacht. Also das heißt, ich habe eigentlich nur Gesundheit und Schaden so ein bisschen erhöht. Das war jetzt nicht so interessant. In der Folge habe ich das jetzt mal ohne euch gemacht. Ich wollte euch nur kurz drüber aufklären. In der letzten Folge waren wir ja mit Lulimir ein zweites Mal unterwegs. Das werden wir jetzt nicht noch mal tun. Mit Draga waren wir auch schon unterwegs. Auch das werden wir jetzt nicht tun. Wir nehmen jetzt wirklich die dritte, Rattika, weil wir haben jetzt schon mit Lulimir und mit Draga gegen Rattika gekämpft. Dementsprechend gucken wir uns jetzt mal die ganze Aktion mit Rattika. Okay, dann gehen wir da jetzt direkt rein ins Kaiserliche Gefängnis. Spannend. Kaiserliches Gefängnis. Morgen des letzten Tages. Okay, jetzt ist sie noch drin. Die singt. Okay. Jetzt fängt es einfach von vorne an. Gut, dann wischen wir mal ihre Erinnerungen auf. Wow. Wow. That was a properly dramatic way to inform. How did you do that? Actually, scratch that. Why did you do that? She's dead. Vera is dead. Do you know that? Of course you know. So then, you are here because... No? Sticking to the silence is golden approach? Okay, then it's up to me to fill in the blanks. You are here because you are here because you must need something from me. Ah, yes. You are patiently waiting, which means you know I can in fact help you. I will steer you to Indrik. But we must act together. He is cunning and a cruder villain than you can imagine. He destroys for his own gain. No matter the cost. He has taken countless lives. And now the godless priestess too? We have to nail him. Right now, everyone thinks he's at the battle of Prodentsia. But I know better. Spies right under his nose. Follow me. I know a shortcut. Okay, jetzt scheinen wir endlich zu Indrik zu kommen, weil das ist ja der letzte, der uns irgendwie noch fehlt. Ja, Drago geht unten hin, das ist richtig, und findet sie ja nicht mehr vor. Okay. Ja. Okay. Oh. Oh. Oh, das ist schon ein Schappenred kackier schon wieder. Oh, okay. Ist das auch? Oh, ich komme hier auch. Ja, nice. Das ist echt purer Zufall. Achso, ich muss hier in mir springen. Ich komme. Äh, wo bist du? Äh, muss ich da springen? Äh, ja. Ich hätte vielleicht springen sollen, aber feiter Knopf. Egal. Ah, was ist das denn? Also, äh, Gefährten rufen, okay. Oh, Radica geht ja ganz schön ab, wa? Not bad. Ah, jetzt hier auch noch. Alle weg. Oh, nein. Ja, ich weiß. Warum kommen denn die immer wieder? Ah, verdammt. War's das? Ja, okay. So, im Grunde sind die immer wieder hergekommen. Zack. Neue Erinnerung erlangt. Ah, okay. Rattica. Der Gillaspreis. Rattica band sich ihren Weg durch das Gehdringel, aber an ihre Geschwister. Okay. Okay. Na gut. Also ich lese das jetzt nicht, Leute. Ihr könnt, habt mal unten in den Discord, wie immer Pause machen. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Ich lese mir das sowas in einem Offscreen nachher nochmal durch. So. Was haben wir hier? Ah, da ist... Oh, da sind fünf Gisten. Wie gucke ich da rein? Geht's denn hier über... Ähm, hier ist irgendwas. Ah, ich kann das... Ich kann das sch... Ich kann das schieben, okay. Okay. Ähm. Ähm, hier so, ne? Ähm, kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Ich kann hier nichts drücken. Moment. Ich könnte das so schieben, aber das bringt mir ja nichts. Ähm, hier ist ein Pfeil. Habe ich das eben gemacht? Ach doch. Ähm. Okay, aber ich will das ja jetzt nicht hier. Kann ich hier hinter? Nee, ich kann das nur nach da und nach da schieben. Ich habe hier... Keine Möglichkeit. Ja, das kann ich nach schieben, aber das bringt mir ja nichts. Ich kann den nach da wieder schieben. Kann ich dahinter? Dahinter ist was, ne? Dahinter wird doch angezeigt. Ich glaube, ich habe das hier... Ja, das geht nicht. Ach, das ist doch Kacke. So, den nach da oben schieben. Dann müsste ich doch den jetzt... Ich muss jetzt hier den nur noch da drüben schieben. Aber ich komme hier nicht hinter. Ich kann den nicht schieben. Ja, ich kann den noch da stehen. Das rückt mir einen Scheiß. Eieieiei, das will ich nicht. Ich will... Ihr seht den Pfeil da hinten, oder? Also, den sehe ich nicht nur ich, oder? Da hinten, den Pfeil. Der da hinten in der Ecke ist. Hier, der da. Der Pfeil da hinten. Aber da komme ich nicht hin. Das ist doch Kacke. Ich habe den hier ein Stück zu weit, glaube ich, rübergeschoben. Ach, so ein Dreck. Na gut. Das nervt mich jetzt zwar, aber... Laufen wir mal weiter. So, du wolltest hier durch, ne? Irgendwie. Ach, das muss ich auch schieben, mir. Ah, dann fällt das runter. Okay. Ich verstehe. Okay. Das sieht doch cool aus. Okay. Oh. Hey, 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 das ist ihre Spechelfähigkeit grad gewesen. Oh, oh. Die ist krass. Die hat sehr schön... magische Kräfte und so. Geht hier lang? Da hin? Ja, bestimmt. Let's go, da lang. Na klar ist das easy. Easy going here. Okay. Rattika, du bist cool. Uh, das war knapp. Das ist es. Yardbox-Temple ist nur ein Bug. Na, dann gehen wir mal in Yardbox-Temple, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an. Es sieht aus, dass wir eine Kampel haben. Das ist schon am Nachmittag, okay. So, wie immer. Ich weiß nicht, die fünf Kisten da nicht. Dass ich das verkackt habe, nervt mich grad. Das ist es auch immer noch. Das ist eigentlich noch ein bisschen. Das ist ja was. Ich muss ausweichen. Zu viel. Zu viel. Achso, das habe ich übrigens verlängert, diese Zeit. Das konnte ich skillen. Bäm, 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 bäm. Aber das war nicht gut. Okay, aber hier liegt so viel hier rum. Ähm, nee, Falscher Knopf. Kann ich hier irgendwie so... Nö. Ja, ja, ich möchte bitte mal... Nee, nee, jetzt bitte. Okay, ich kriege ihn nicht umgestoßen. Hey. Schöner Effekt auf jeden Fall. Schöner die Musik und... Oh, was war das? Da weiß man noch gleich... Ach, das sieht doch geil aus hier. Der Lava unten, das sieht echt cool aus. Oh, Jumpwinter machen. Oh Gott. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Alter, die wäre schon mal super. Oh. C4? Ja, halbwegs. Oh, was ist das da? Okay, ja, der hat sich verabschiedet. Der ist weg. Ah. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Ich habe mich verdrückt gerade, aber das ging trotzdem gut. So. Do it! Bäm, 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 bäm. Ja, hör mal! Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich habe ihm jetzt nicht das gezeigt. Was macht denn der? Was war das denn? Ich habe gar keine Chance gehabt. Ich muss... Alter, was war das denn? Okay, wir überspringen. Du, wer du bist, ich will nicht diese Aggression geben. Gut, dann werden wir einfach laufen. Oh, fuck. Alter. Der ist stark. Der wird mich jetzt hier verarschen, oder? Alter, der ist stark, Leute. Der ist richtig stark. Ist vielleicht nicht unbedingt clever, sich mit dem anzulegen. Ich weiß auch immer nicht, was dieses scheiß Schild da soll. Alter, der gibt mir jede... Oh, oh. Alter, was macht denn der? Keine Chance. Ohne Scheiß, ich komme an denen auch nicht ran. Ich bin hier nur am Laufen. Alter. Ohne Mist. Ohne Mist. Ohne Mist. No way. Ohne Mist, no way. Ich werde jetzt den anderen Weg wählen. Das ist mir so... Also ich glaube, ich muss ihm einfach nur immer die ganze Zeit ausweichen. Das könnte klappen. Ich gebe ihm jetzt einfach mal das. Ohne Mist. Was hast du waiting for? Kill ihn! Warum hast du ihm das gezeigt? Oh, ich verstehe. Du willst ihn wissen, dass wir ihn wissen, bevor wir ihn auswählen. Jetzt, act! Wir müssen den Villain töten! Du wärst ein Fynnigst, wenn du hörst zu dieser Retention. Ich denke, wir sind alle fertig. Ich verstehe. Worte sind scheiße. Aber eine Song? Oh, ja! Eine Song kann auswählen werden auf jeden Fall. Was ist deine Vision, die mir tun, um die Priestess zu töten? Aber die Redenstin weiß das. Sie hat sie zu erhebieren. Mögen mich ist nicht Justiz. Es wird einfach eine größere Lie. Das ist die Enderick's finalen Leistung. Und... Entschuldigung, Freunde. Richtig, in den Weg. Wir sind hier sicher. Raticus noch lebt, ich bin sicher. Wie alle Redentzienste, sie schützt auf jemanden, die sie zu helfen. Während der wahrsten Krieg verletzt ihre Ignoranz. Sag mir, Harvinger. Hяли sieht creature, corrupted ones that seem to have emerged from the cesspool of the underworld? Seeking your death? Ciphers. They've been sighted throughout Euralia. They are a sign the Void is staring once again. This is why I sought to perform the Rite of Ascension. The Firebird ritual. To protect us. Also der scheint noch ein bisschen an das Große, um das Ganze zu denken. Ich kann hier ansetzen, nichts machen. Okay. 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 Let's go for a moment. So, neue Informationen erlangt. Inlik brankt er ein Ritual, in dem er zu einem Feuervogel wird. Damit will er die Kraft erhalten, das Schwert Klan zu reparieren und die Cyphers zu vertreiben. Die Cyphers können mir anscheinend auch gefährlich werden. In den Krypten des Tempels wird ein uraltes Geheimnis aufbewahrt, das auf das Ende der Zeiten wartet, um enthüllt zu werden. Rattika hält etwas über Vera geheim. Ja, der Rattika traue ich irgendwie nicht. Dragan, Ludumir, alles gut und selbst der Indrik, alles okay, aber dem Rattika traue ich nicht. Weil wir auch schon zweimal gegen die gekämpft haben. Neue Informationen. Nicht immer ist es die beste Lösung, das Omenzeit zu nutzen. Okay. Manchmal kann Gewalt der einzige Weg sein, das Vertrauen einer Person zu gewinnen. Okay, also ich hätte vielleicht jetzt eher wirklich gegen ihn kämpfen sollen. Oh, der war echt stark. Naja, kein Todbonus wieder, nicht in die Hauern. Okay, damit geht's dann wieder zurück. Hm, ich bin jetzt echt... Im nächsten Fall gleich mit Rattika nochmal probieren. Ha. Was versteckt sie? Ja, sie sagt's mir auch Gott. Okay, ich muss im Prinzip zurück und muss Indrik töten. Weil wir haben jetzt hier... Vera... Vera und Rattika entkommen. Ja, Rattika ist halt... Was fehlen noch? Äh, nicht ganz Halbzeit haben wir, nicht ganz. Okay. Hm. So, dann machen wir jetzt hier nochmal zusammen meditieren. Das mache ich jetzt mal nicht offscreen. Was haben wir denn dazugekommen? LT. Sprinte mit hoher Geschwindigkeit und bewege dich durch Feinde hindurch. Hat einen Cooldown. Okay. Hm. Gut. Das wird immer mehr. Das ist jetzt mittlerweile Level 6. Okay. Und hier haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit. Phantomsprint. Ah, die Klinge können wir noch nicht verbessern. Energielevel. Erhöht das Energiemaximum um ein Level. Ah, ich möchte das jetzt aber eigentlich nicht machen. Ich möchte eigentlich das nicht machen. Wenn, dann würde ich hier vielleicht eher die beiden vielleicht noch machen. Ja, die sind eigentlich cool. Beide. Könnte man nochmal, weil ich werde hundertprozentig mit denen nochmal gehen. So, dann haben wir diese Sachen hier. Phantomsprint. Ist das, was wir gerade erlernt haben mit LT. Komm, wir nehmen es mit. Energielevel wollte ich jetzt erstmal nicht. Okay. Gut. Damit haben wir uns wieder verbessert. So, Indrik können wir bestimmt noch nicht gehen. Ne. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge nochmal Rattika wählen. Und werden dann versuchen, den Indrik zu töten. Wir sind ein bisschen stärker geworden. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich hoffe es. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Über einen Kommi, über einen Like freuen wir uns natürlich wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Vielen Dank.